So, und jetzt stehe ich am wichtigsten Part hier heute Abend, nämlich direkt neben dem Sascha. Er ist einer der beiden DJs heute Abend. Was gehen heute ab? Was können wir für Musik erwarten? Ja, also Musik gibt es heute wirklich kreuz und quer durch den Gemüsegarten. Wir haben, wie gesagt, ein paar Vips da heute Abend. Vips in Anführungszeichen, das heißt, die Autohändler werden da sein, Jörg und Dragan. Dann Marco MC, der eine sehr geile Show macht, aus dem Kuhstein Ischgl, der Resident. Ja, ansonsten der Team, nur meine Wenigkeit. Wir rocken auch ein bisschen Hütte, also wird lustig. Für jeden ist was dabei, Deutsch, Rock, Disco, Techno, alles. Singst du nachher mit den Autohändlern zusammen? Dann würden die Leute laufen gehen, also ich halte mich da hier an die Musikmaschine, aber singen muss ich nicht. Dann würde ich sagen, dann rockst du mal hier ordentlich und dann würde ich sagen, schönen Abend, aber einen herzlichen Glückwunsch zum 16. kannst du dann auch bitte hier durchhauen, oder? Ja, danke, danke, danke.